Nichts zu holen. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts. Oh, ein kleiner Diamant haben wir gefunden. Das ist aber auch wirklich eine mickrische Ausbeute. So, hier haben wir eine Truhe. Ach, und wieder Witze erzählen haben wir hier. Eine Einwand frei. Wenn mal Oskar wieder uns böse ist, können wir uns wieder... ...hien glücklich machen. Mit einem kleinen Witz. So, dann mal noch 10. So, einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Einen kurzen Moment. Sieht richtig lecker aus. So, Verzeihung, da hab ich mal kurz schnell mein Handy geholt. Das piept nämlich hier schon vor sich hin. So. Riecht schon mal nicht schlecht. Okay. Hier haben wir doch noch irgendwo was. Genau, Reiselust. Mana-Wurzel. Okay. Wir kamen von... Ach. Noch im Welsetisch. Und noch im Welsetisch. Hier gleich zwei. Zumindest waren es mal zwei Welsetische. Jetzt schlafen sie hier. So, Mana-Pilz. Haben wir hier hinten schon geguckt. Ah, ich hab keinen Bock, dass da wieder dieses blöde Vieh kommt. So, wir kamen von hier oben. Also versuchen wir mal unser Glück, wenn wir jetzt mal hier hochlaufen, ob wir da vielleicht... Oder kamen wir von... Was haben wir denn hier noch? Nichts. Ich glaube, hier hinten müssten wir lang. Das sieht mir doch verdächtig nach irgendeinem Eingang aus. Na dann. Machen wir vorsichtshalber aber nochmal den hier. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Nein. Ernsthaft jetzt. Liegt der denn nicht hier... Verzeihung. Da musste ich jetzt husten. So, ähm... Liegt der denn nicht hier irgendwo, dieser Schlüssel? Das kommt von blödem Rauchen. Ah, dachte ich jetzt schon, jetzt wird es ganz einfach. Wir gehen einfach da durch die Tür durch. Aber nix ist. Jetzt brauchen wir erst so einen blöden Schlüssel. Hm. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Weil das sein könnte, dass wir sie vielleicht aufbrechen können. Ah, ich habe aber die Vermutung, dass wir jetzt wirklich... Oh, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt ernsthaft die ganzen Tieren, äh, die ganzen Leute da oben umbringen müssen. Nur um den Schlüssel zu finden. Das wäre ja Selbstmord. Ging es denn hier nicht noch irgendwo hoch? Ne, nur hier. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber wir schaffen niemals die ganzen Leute da unten. Und das glaube ich auch nicht, ist Ziel. Oder vielleicht doch. Ach, das bezweifelt... Ja, obwohl... Wir mussten ja schon mal so einen Haufen Gegner besiegen. Ich werde jetzt erstmal mich wieder ein bisschen hier auftanken. Da kommt noch ein Hähnchenkeule rein. Der Herrring bringt uns... Ja, nicht Saphir. So, da machen wir jetzt nochmal diesen Speicherungspunkt. Und da versuchen wir uns einfach mal hier mal Gegner zu schnappen. Vielleicht ist das auch nur dieser eine da hinten, den wir uns jetzt mal schnappen werden. Ah, vielleicht kommen dann auch gleich alle. So, komm mal mitmeistern. Also, nehmen wir den erstmal. So, ersten. Sau, sau, sau. Ich glaube, gegen den sollen wir nicht antreten. Der ist ja ziemlich stark. Ah, die anderen würden gehen. Aber ist das wirklich unser Ziel, die Leute dazu umzubringen? Ich muss da irgendwie einen anderen Weg geben. Ja, es ist... Mit den Talentschlössern knacken, das haben wir ja noch nicht. Könnten wir das vielleicht doch irgendwie mal benutzen? Oder haben wir vielleicht irgendwas Schwaches? Scheiße. Lichtzauber. Schlösser knacken haben wir aber auch nicht. Schlösser knacken, null. Ich habe jetzt aber auch keinen gesehen, der das irgendwie konnte. Dann bewegen wir uns doch erstmal hier runter und machen einfach mal die Leute da. Hey, was machst du hier? Du gehörst nicht zu uns. Ah, da kommt schon wieder der Typ. Ja, war mir klar. Das muss einen anderen Weg geben. Das ist mal ernsthaft. Vielleicht müssen wir doch Schlösser knacken lernen. Nur von wem? Wir konnten Taschendiebstahl lernen. Das wüsste ich jetzt noch. Aber Schlösser knacken, wüsste ich jetzt gar nicht mehr, wo wir das konnten. Hm. Ja, Oskar auf jeden Fall nicht, wenn man die hier gerade so sehen. Hm. Haben wir denn vielleicht noch eine andere Kleidung? Das ist vielleicht an der Rüstung? Nee. Mann. Da gucken wir uns lieber mal noch ein bisschen um. Am Ende bringen wir die da unten alle um und irgendwie brauchen wir die dann trotzdem noch irgendwie. Da ist auf jeden Fall noch was. Da ist auf jeden Fall noch was. Ach, hier waren ja diese ganzen vergammelten Überreste. Es ist sehr dunkel. Es ist sehr dunkel. Ausstatt, da sind vier. Sehr, sehr dunkel. Das ist ja jetzt nicht so das Problem, aber... Licht. Und hier war noch irgendwas. Minze. Wir können uns wirklich schon noch ein bisschen umschauen, ob wir vielleicht irgendwo jetzt hier... einen Typen finden, der da uns, keine Ahnung, hier den Schlüssel gibt. Hier werden wir auch keinen Erfolg haben. Naja, hier waren wir schon. Hm. Langsam müsste aber auch mal die Nacht wieder vorüber sein hier. Ich höre etwas und ich muss jetzt echt mal eine Fackel einmachen, dass wir hier mal ein bisschen was sehen. Wir kommen in diese Hafenstadt einfach nicht herein. Wie sollen wir da auch hineinkommen, wenn wir als potenzieller Feind gezählt werden? Wir könnten es nochmal probieren, dass wir einfach doch nochmal... Haben wir die schon? Ach, das war da, wo die Leiche auch lag. Wir könnten es nochmal probieren, dass wir einfach nochmal am Strand ein bisschen rumschauen. Ob wir da vielleicht irgendwo einen versteckten Schlüssel finden. Hier sind auf jeden Fall noch Gegner, wie ich das gerade sehe. So, aber das war's dann. Na gut, ein Heilkraut, aber mehr war ja auch gerade nicht. Hat sich ja jetzt nicht... Doch, ein normales Kraut. Da könnten wir uns eigentlich mal unser Geld wiederholen. So, wer könnte denn uns Schlösserknacken beibringen? Hier ist nichts mehr. Aber hier ist aber wirklich nichts mehr eigentlich. Wir könnten doch gar nicht durch die Tür durch... Ja, also wir finden hier gar keinen Schlüssel. Ohne den richtigen Schlössel... Ohne den richtigen Schlössel wird das nichts. Hm. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Vor allem, wenn wir wissen, wie lange es hier noch hell ist. Äh, dunkel ist. Jetzt hier rumzusuchen, bis wir vielleicht irgendwo was mal gefunden haben. Was wir vielleicht in der Helligkeit sofort gesehen hätten. Auch blöd. Ah, hier macht der wieder automatisch Speichern. Wieso? Bestimmt nur wegen diesem grünen Blatt. Ne, natürlich nicht. Muss doch irgendwas geben. Warum? 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 Vielleicht hat irgendjemand von denen einfach so den Schlüssel. Halt! Im Namen der Inquisition! Laufen kannst du, Shri? Hör auf! Ja! Ja! Ciao! So, perfekt. So, hat jetzt denn wenigstens irgendjemand... Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Hmmm. Für nicht. Vielen Dank.